Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Wir haben heute das Dreiecktuch Nummer 6. Das bleibt auch bei einem Teil, denn da ist nicht viel verschiedenes dran. Deshalb fangen wir auch gleich an. Ich habe einmal das Grundgerüst gemacht und zwar mit vier Reihen normale Stäbchen. Dann habe ich unseren Anfang hier gemacht, ganz normal. Ich ruhe euch mal noch ein bisschen näher ran, ohne zu wackeln. Und nach unserem Anfang machen wir eine Luftmasche, lassen unten von der Vorreihe zwei Maschen aus und in die dritte häkeln wir jetzt drei Stäbchen rein. Also einmal, zweimal und dreimal. So. Dann haben wir nochmal eine Luftmasche, dann lassen wir hier unten von der Vorreihe zwei, drei Maschen aus und in die vierte kommen dann wieder drei Stäbchen. Eins, zwei und die drei. Das Ganze sieht dann jetzt so aus. Danach machen wir wieder eine Luftmasche, lassen hier unten wieder drei Maschen aus und in die vierte kommen wieder drei Stäbchen. dann wieder eine Luftmasche, hier unten wieder drei auslassen und in die vierte kommen wieder drei Stäbchen. Ja, passt. Zwei und drei. Dann eine Luftmasche, die zwei Stäbchen unten werden nun ausgelassen und wir häkeln gleich ganz normal unsere Spitze. Eins, zwei, na, so war's. Dann eins, zwei. Dann eins, zwei. Einmal, zweimal. So, nach der Spitze wieder eine Luftmasche. Unten zwei auslassen und in die dritte nun wieder drei Stäbchen. eins, zwei und drei. Wieder eine Luftmasche. Unten wieder drei Maschen auslassen und in die vierte wieder drei Stäbchen. Ihr seht, das ist ganz einfach. Ihr seht, das ist ganz einfach. Wir machen jetzt bloß die ganze Reihe miteinander, weil die geht recht fix. Zwei und drei. Luftmasche. Unten wieder drei auslassen und in die vierte drei Stäbchen. und in die vierte wieder die drei Stäbchen. So, dann jetzt wieder eine Luftmasche. Dann jetzt wieder eine Luftmasche. Unten drei auslassen und in die vierte wieder die drei Stäbchen. und in die vierte drei Stäbchen. Und dann wieder eine Luftmasche. Und dann häkeln wir gleich ganz normal unser Ende. Die zwei Stäbchen, die Luftmasche und das Stäbchen in die Wendeluftmasche. Für die nächste Reihe dann haben wir wieder ganz normal unseren Anfang. Drei, vier. Nach unserem Anfang dann ein Stäbchen noch in das nächste Stäbchen. Wir sind ein wenig festgehängt. So, ein Stäbchen noch danach. Jetzt kommen zwei Luftmaschen. Und dann kommen ganz normal in jedes dieser drei Stäbchen hier unten auch jeweils eins rein. Also in jedes Stäbchen kommt eins. einmal, zweimal, zweimal und dreimal. Dann kommt eine Luftmasche. Und wieder, dann kommen wieder diese drei Stäbchen und in jedes Stäbchen kommt eins rein. Das Ganze sieht dann jetzt einmal so aus. Dann wieder die Luftmasche. Dann wieder drei Stäbchen in jedes Stäbchen. Luftmasche, drei Stäbchen in jedes Stäbchen. Hier zwei Luftmaschen. Und dann nur hier ins letzte Stäbchen ein Stäbchen. Spitze häkeln. Dann hier in dieses erste Stäbchen ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Also ihr wisst ja, das ist an der Spitze. Und am Anfang ist immer gleich. Das darf jetzt mal wieder jeder für sich selber machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe die Reihe jetzt fertig, wie ihr seht. Ganz einfach. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Reihe einfach. Denn das sind dann drei Reihen, die sich einfach immer wieder wiederholen. So, ich habe unseren Anfang gemacht. Jetzt kommen noch in diese drei Stäbchen hier unten. Da häkeln wir auch ganz normal jeweils ein Stäbchen rein. Eins. Zwei. Und drei. So, dann haben wir da auch unsere Stäbchen drin in die unteren Stäbchen. Danach kommen jetzt drei Luftmaschen. Eins. Zwei. Drei. Und jetzt ist es so, werden diese drei Stäbchen hier von der Vorreihe zusammen abgemascht. Also, einmal. Zweimal. Und dreimal. Und alle zusammen. Dann sieht das ganze Spaß so aus. Der ganze Spaß so aus. Nochmal eins, zwei, drei. Dann die drei unten wieder zusammen abmaschen. so, und dann wieder zusammen abmaschen, schwupp, unsere drei Luftmaschen, und dann wieder diese drei hier zusammen abmaschen, also ihr seht, wie immer, ganz einfach, nicht schwer, nicht sehr aufwendig, finde ich jetzt, ist eigentlich doch wirklich für jeden machbar, oder? und ein bisschen Wolle holen, ich weiß nicht, da hat man schon so einen Wollabwickler, so einen Abroller, und dann funktioniert der nicht mal richtig, gut, war es auch nicht das beste Teil, ich muss da mal gucken, ob ich vielleicht was anderes finde, weil für die Videos ist das besser, wenn ich nicht ständig irgendwie mit einer Hand raus muss, und die hier, da, Wolle nachziehen muss, dann wieder drei Luftmaschen, und dann einfach in diese drei Stäbchen hier, von der Vorreihe, auch jeweils, ein Stäbchen noch rein, eins, zwei, und drei, dann ganz normal unsere Spitze, und dann wieder hier in die folgenden drei Stäbchen, jeweils ein Stäbchen rein, zwei, und dann noch die drei, jetzt machen wir gerade die Reihe miteinander fertig, dauert ja nicht lange, und dann wieder unsere drei Luftmaschen, eins, zwei, drei, hier die drei werden einzeln gehäkelt, weil es ja auch von der Vorreihe her normale Stäbchen sind, einzelne, die gehören ja dann noch nicht zum Muster, also drei Luftmaschen und dann wieder drei Stäbchen hier zusammen abgemascht, eins, zwei, und drei, so, und dann einmal ganz durch, wieder eins, zwei, drei, und wieder drei zusammen abmaschen, eins, und zwei, und die drei, so, und das sieht doch eigentlich ganz gut aus schon, oder? dann drei Luftmaschen wieder, eins, zwei, drei, und wieder die drei zusammen abmaschen, hier ist so ruhig, heute draußen geht ein Wind, aber ansonsten ist alles total still, nichts draußen, gar nichts, nebenan wird gerade ein Haus gebaut, oder ist gebaut, jetzt ist der Innenausbau, da hört man auch überhaupt nichts mehr, zur Totenstille, zur Totenstille, Wahnsinn, und dann wieder die drei zusammen, wieder die drei zusammen, es juckt, zwei und drei, und jetzt haben wir es dann gleich geschafft, noch drei Luftmaschen, dann noch in diese drei Stäbchen jeweils auch ein Stäbchen rein, und dann sind wir schon an unserem Ende gleich angelangt, das wird auch ganz normal gemacht, so, zweimal, und dreimal, so, und das war es im Prinzip auch schon, genau diese drei Reihen, diese drei Reihen hier, werden immer wiederholt, ihr setzt jetzt auf diese Reihe, auf die letzte Reihe, wieder diese Reihe drauf, und zwar genau so, auch der Anfang, Luftmasche, dann die drei Maschen in, die drei Stäbchen in einer Masche, und zwar, wenn ihr jetzt die nächste Reihe macht, kommt ihr immer hier in der Mitte raus, dass die immer mittig versetzt sind, ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir haben es für heute, das war das Dreiecktuch Nummer 6, war diesmal nur ein kurzer Teil, beziehungsweise ein Teil, nicht mehrere, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß, beim Nachmachen, beim Ausprobieren, und beim Üben, Anleitung gibt es wie immer, auf der Website, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao!